Guten Morgen, Karnevalsköln. Ah, die Stadt schläft eigentlich zum großen Teil noch. Zu Recht. Denn gestern war Weiberfastnacht. Das ist so der größte Karnevalstag in Köln. Den ganzen Tag wird gefeiert, für viele auch weit in die Nacht rein. Und tatsächlich war es für mich auch das erste Mal, als ich Karneval mitgefeiert habe. Es war lustig. Ihr habt vielleicht ein bisschen was auf meinem Instagram bekommen und sehen können. Aber trotzdem geht es jetzt für Niklas, Tim und für mich auf einen neuen Boystrip. Denn wir alle müssen trotzdem jetzt um 6 Uhr aufstehen und ab zum Flughafen. Denn ein noch geheimer Job, von dem ich euch gar nichts erzählen darf, steht an. Aber wir nehmen mich trotzdem dahin mit. Los geht's. Jetzt kann ich sagen, keine offene Wunde mehr hier, um irgendwie Leute im Flughafen zu erschrecken. Gestern war es in Köln komplett normal, heute auch noch. Verkleidet als Polizist, Räuber, Zombie oder bei mir Bankräuber mit Revolver rumzulaufen. Heute ist es anders. Ah, der Herr Sodamin fährt auch wieder mit. So gut. Morgen. Morgen. Alvi. Weißt du, was du da hinten? Drei Boys am Start. Alvi, hat jemand dein Platz geklaut und muss jetzt in der Mitte sitzen? Ist er angestellt in der Mitte? Wow. Ist aber auch jetzt AMG Musik bei dir, ne? Ist dein erster AMG? Es hat ja ein neues Auto, Leute. Nettes Ding hier. Hat er auch Power? Alleine, alleine wie du dich festgehalten hast. Es hat 20 extra PS gegeben, glaube ich. Ich darf aber eigentlich immer. Ja, erstmal einfahren. Ich darf auch offiziell nur 140 fahren. Echt? Ja. Wie soll ich das aushalten? Also, wenn ihr irgendwann mal ein Auto gebraucht holen wollt? Nicht die von Kati, die werden nicht eingefahren. Doch, ich mach ja. Ach so, du machst, okay. Zumindest warm ist er ja. Ach komm, moderne Autos, wenn die warm sind, halten das aus. Tag. Auch schön am Mustang. Ja, aber Jungs, was war bei euch jetzt hier los? Oh Gott, wenn das... Bei uns war gut. Aber sonst geht's euch noch gut, ja? Also, mir ging's gut. Ich war so gut wie nüchtern, ne? Ihr habt das beste Video ja gar nicht gesehen. Von Niklas. Werdet ihr auch nie. Los geht's, Jungs. Aber Power ist wieder da, ja? Voll lecker. Wir sind richtig jetzt auf so einen Urlaubsflug, ne? Ja, wirklich. Alle anfing jetzt im Urlaub und deswegen einfach so ein Dreh. Wir dürfen gar nicht sagen, warum. Es geht in die Sonne. Guck mal, wir haben uns hier schon mit Urlaubslektüre eingedeckt. Es gab leider, es gab leider nix. Wir haben gar nicht gesagt, wo's hingeht, oder? Äh, dahin, wo der Coronavirus herkommt, oder? Ja, deswegen... Ach guck mal, stimmt, hier steht da so. So. Das haben wir uns so rein zufällig gekriegt. Aber hast du mal meine, meine Socks gesehen hier? Die sind schon hoch, oder? Die sind schon hoch, oder? Die sind schon hoch, oder? Die sind schon hoch. Die können was. Matchen auch mit den Schuhs so ein bisschen. Wir haben doch hier den Sitzplatz. Noch hinten der Sitzplatz. Ja, für den Großen, ja. Ich finde ja so Urlaubsflieger, also auf der einen Seite mega nervig, aber auf der anderen Seite. Weil halt, du hast halt viele Leute, die halt sonst nicht fliegen und dann dauert immer alles richtig lange. Oh, und man muss runtergehen. Als Kind durfte ich da immer sitzen. Als Kind durfte ich da vorne sitzen. Oha. Das war geil. Das war echt geil. Da bin ich immer alleine geflohen als Kind. Das war so besonders. Und da alleine als Kind geflogen bist, hab ich meinen Partner untergesucht. Und dann bin ich da hingeflogen und dann durfte ich da vorne sitzen beim Busfahrt. Das war so geil. Da hat man sogar Weste bekommen und das war richtig geil. Nee, aber was ich was sagen wollte, war? Alles dauert halt immer länger, so einsteigen, aufsteigen zum Beispiel. Dann das, was ihr oder wir gestern gemacht haben, machen andere im Flugzeug halt so. Kann da auch mal nerven sein. Aber auf der anderen Seite, finde ich, ist es richtig cool, weil so viele Leute fahren halt in Urlaub, das ist so das Highlight das Jahr ist für viele. Und die sind dann so happy. Ich finde, du siehst so viele glückliche Gesichter, vor allem auch im Hinflug. Ein Hinflug aus Deutschland im Feriengebiet rein, so glückliche Gesichter. Das ist so schön für mich. Aber ich bin immer glücklich, wenn ich andere Menschen glücklich sehe. Das finde ich auf Urlaubsregeln gut. Aber die sind auch nervige, das stimmt auch. Na ja, ich hab mir Wasser gekauft. Das muss auch reichen. Die müssen ja alle viel, viel Wasser zum Entgiften. Ich glaube nicht. 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 Echt ideal, dass wir jetzt fast 5 Stunden für Forts haben. Wir sind auf Lewine, die haben ein Flugzeug nicht. Ich habe jetzt ein Flugzeug, mit einem Flugzeug nicht zu fliegen. Wir haben ein Flugzeug nicht zu fliegen. Wir sind im Flugzeug nicht zu fliegen, aber wir sind im Flugzeug nicht zu verschaffen. Jetzt ist es richtig Urlaubsstimmung hier. Das ist ein richtiger Urlaubsflug. Außer Tim. Ja, ich nehme gerade Kontakt auf. Mit der örtlichen Bevölkerung nimmt er schon Kontakt auf, wenn ich gerade. Selbst im Flugzeug bei der Landung haben die nicht gesagt, ja, gute Ankunft und so weiter. Sondern die haben gesagt, wir wünschen dir einen schönen Urlaub. Und da waren wir schon so, wir haben aber gar keinen Urlaub. Doch heute. Heute ein bisschen eigentlich. Heute ist eigentlich ein bisschen Urlaubsfahrt. Morgen ist er nicht. Der geheime Job, von dem wir gar nichts erzählen dürfen. Aber wir haben gerade schon gehört, hier wird auch Karneval gefeiert. Wir dachten, wir kommen aus dem Kölner Karneval. Aber jedes Jahr ist hier richtig Karneval. Die Narren. Die Narren kommen jetzt hier alle nach Teneriff. Wir haben Verbindungen zu Düsseldorf und zu Köln. Und es kommen Narren aus Köln und Düsseldorf extra, um bei uns Karneval zu feiern. Aber was hast du gesagt? Wo ist der beste Karneval-Aufdurchs? Rio de Janeiro. Und Nummer zwei sind wir. Ja, genau. Und was mit Köln? Nein, Köln. Komm mal rein. Das weiß ich nicht. Mein Bier ist bestimmt nicht schlecht. Aber du kannst es nicht Köln so unterbuttern. Das ist ein bisschen anders. Weißt du, weil bei uns jetzt so mehr Salsa, mehr Merengue, mehr Südamerikanisch. Und die Frauen wenig. Bei euch ist es kalt, bei uns ist es warm. Das stimmt, das stimmt. Aber wir trinken und es ist uns warm. Ja, vor allem du. Vielen Dank, ich habe jetzt noch ein bisschen Wasser für Sie, für euch. Dankeschön. Sehr gut. Weil das Kölner Bier, das Kölsch, das könnt ihr hier leider nicht bekommen. Ja, schade. Aber da haben wir gestern genug gehabt. Da möchte ich ein Wasser. Yo. Ja, danke. Wir sind auf Teneriffa, Leute, auf der Kanarischen Insel. Ich hoffe ja mal, da kriegst du das, was du brauchst. Einkaufen tun meine Töchter immer rein. Ja, was brauchst du denn? Ich brauch nämlich eine Pose. Also definitiv nicht Profitraveler, Felix. Ich habe einfach meinen Koffer gepackt, ohne eine Hose mitzunehmen, bis auf meine Jogginghose. Und wenn ich ein Meeting kann, ich kann ja nicht einfach so eine Jogginghose ankommen, das geht nicht. Das ist mir auch echt unangenehm, muss ich sagen. Aber ich verstehe auch nicht, wie das so im Kopf funktioniert, weil ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen und der Gedanke schoss in meinen Kopf, du hast keine Hose mit dabei. Ich hätte ja meine geliehen, aber die ist halt bis zu klein. Ihr seid zu klein, ihr seid meine Zwerge, Alter. Hä, wieso? Weine würde gehen. Ja, vielleicht. Aber dann hätte ich nur eine Unterhose mehr. Stimmt. Wir haben sogar überlegt, ob ich die nehmen würde. Dann hast du ja nichts mehr. Ah. Ich meine, meine Entschuldigung ist, ich habe heute Nacht gepackt, da war der Zustand nicht ganz ideal. Ja, ich auch. Ich auch. Aber du hast, na gut, das ist auch keine Exerhose. Aber ich hatte die eingelassen auch beim Schlafen. Das hilft schon mal. Aber hier soll es so ein Einkaufszentrum sein. Hoffentlich finde ich hier eine Hose. Das sind halt nur Sportsachen. Die habe ich ja schon. Ich habe sogar Laufsachen mit, weil es ist nicht so, dass ich nichts mithabe. Da unten, da unten, da unten. Talas 38 bis 48, sieht aus wie ein Übergrößenladen. Ich bin ja auch groß. Und der Laden für uns hat zu. Rock Denim. Guck, das hat ein Jeansfreude. Das ist ja wirklich mein Laden gewesen. Stimmt. Wieso haben die nicht auf? Ach, die haben eine Mittagspause. Es ist 14.29 Uhr. Die haben seit einer halben Stunde Mittagspause. Sie ist da. Das wäre mein Laden gewesen. Scheiße, hoffentlich haben die anderen offen. Das sieht schlecht aus. Hier ist auch wieder vorne. Hä? Wieso haben denn die Frauenleben offen und alle anderen machen zu? Ist das so, weil Frauen immer shoppen konnten? Oh, ich habe nichts. Das war nur eine Frage. Gibt es das nicht gesagt? Das kann echt nicht sein, dass die ganze Frauenleben hier auch wieder offen haben. Hä? Ja? Eine Männelade. Aber ziemlich cooler Warm-Shot mit Kicker drin. Alter, das ist echt ganz cool. Der ist echt meinsert. Guck mal, die haben so einen Kindersitz in einem Autofahrgang. Check den mal aus. Toll nice. Das ist aber richtig cool. Da würde ich gern drauf sitzen machen. Aber Schleppfahrer zählt in der Sonne raus. Supermarkt heißt ja einfach Hyperdeinung. Wie cool ist das denn? Hyperdeinung. Aber keine Hosen im Supermarkt. Scheiße. Dann habe ich erstmal keine Hosen. Unangenehm. Vielleicht können wir doch Hosen switchen. Irgendwann. Dann muss ich die Hose anziehen. Nichts gefunden? Ne, ich glaube einen Laden, wo es vielleicht was gegeben hätte. Aber der hat Siesta. Wie gesagt, sonst switchen wir hier. Hosen einmal mit Niklas. Oder mit deiner. Meine Hose, du bist zu dünn. Die habe ich schon drei Tage an. Die ist schon richtig dreckig. Kein Problem. So lange keine Jogginghose für dieses Meeting. Na gut. Ich hoffe, die Hose filmen. Oh Mann. Danke schön. Danke schön auf das Fahren. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Let's go. Okay. Catalonia. Ab vom Pedderech. Es wurde schon gesagt, ja. Ist nicht das beste Hotel, aber es war alles ausgebucht zu uns. Also. Mal schauen. Wir sind auf jeden Fall nicht weit weg vom Meer. Here is the other door please. Ah ja. Wo ist die denn? Ah. Oh. Es geht schon mal gut los. Moin. Hallo. Hallo. Servus. Servus von der Produktion. Herzlich willkommen. Dankeschön. Weiß nicht, ob wir das mal kurz waschen können. Ja, aber wenn wir als allererstes kurz waschen. Ja, dann kommt mit. Wir kommen direkt mit Koffern an. Das ist gut. Dann ist man zu entschuldigt hier die Hütterknose. Jetzt kurz ist ein Meeting. Wir sehen uns danach wieder. Oh. Tatschalli. Direkt. Direkt am Start. Also Frühstück habe ich gehört, es soll gut sein morgen. Unter der Treppe soll es sein. Links. Jetzt. Moin. Guck mal, ein schönes Gemälde habe ich. Schick. Wie geht das mal an? Schöne Aussicht. Ich hab deine Palme gemacht. Geil. Geht voll. Guck mal. Eingeschränkter Meer. Da ist das Meerweg sogar nach links. Stimmt. Da ist das Meer. Oh nein, es fängt bald an zu regnen. Guck dir jetzt an. Da. Da hinten ist es. Das war die ganze blaue Himmel. Aber es zieht gerade weg. Einmal ins Meerwald, oder? 3, 2, 1. Go. Boom. Ich hab ne Hose, Leute. Und ich hab meine Hose. Weiße Storchfüße. Ich muss jetzt schon mal die Probe testen. Ich mein, ein bisschen kurz, aber dafür wieder her. Ich muss wieder flexen mit meinen Socken. Ich hab mir so geil mit den Schuhen. Aber egal. Jetzt geht's. Jetzt geht's zum Strand. Auf geht's. Irgendwo hier soll er sein. Ich mein, die Sonne ist langsam weg. Aber es ist egal. Wir sind in Spanien. Wir sind auf Teneriffa. Natürlich gehen wir zum Strand. Das ist der öffentliche und kostenfreie Zugang zur Küste. Kostenfrei. Sehr gut. Die nennt's gar nicht als Strand, aber immerhin Küste. Komm Flieger, wie jetzt alle. 1, 2, 3. Bra, 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 Bra. Oh, wo ist der Strand? Ja, zur Küste. Aber er meinte doch ein Pool und dann das Meer. Macht ein bisschen Aua, aber es wird gut. Viele Leute sind jetzt auch nicht gut. Ich zähle auch nur Leute, die hier sind leider. Das ist gut, das ist gut. Wir müssen da hoch und da und die Lauf machen, Freya. Dieser Strand hat eine Bewertung von 4,0, ne? Auf Google. Echt? Wie? Wie? Wie vielchen gibt's? Fünf, ja. Der hat nur eine Bewertung von 3,9. Also ich weiß nicht, was da noch so gut ist. Ich bin immer so ein Google-Bewertungsgucker. Ich gucke mir, gerade wenn man frei ist, alles immer. Wie der nächste Rastplatz, das er für eine Bewertung hat, wie der Strand für eine Bewertung hat, Restaurant sowieso. Das macht aber auch wirklich was aus. Und wenn du ein Hotel buchst, wir sind halt viel auf Reisen, ich bin halt viel im Hotel. Zum Beispiel auf Booking.com. Wenn die Hotels über 9,0 haben, dann sind die eigentlich immer irgendwie echt geil so. Du kriegst ja nie nur eine richtige Enttäuschung. Und wenn du so ein Hotel hast, das so eine 7,0-Bewertung hat, die sind auch wirklich nicht so gut. Das merkst du sofort. Was für eine Bewertung hat das hier wohl? 5,4. Wir schauen nach, wir schauen nach. Unser Hotel hat 3,9 von 5 bei Google und 7,9 bei Booking. Das ist auch immer so die Erwartungshaltung, die man hat, ne? Ist ja nicht scheiße, das Hotel. Nein. Aber wenn ich halt... Ja, stimmt halt. Es sind auch vor allem britische Gäste da. Echt? Die mögen das ja viel. Aber wie ich gehört habe, es gibt Abendessen, 14 Euro, all you can eat Buffet und all you can drink. Alles, inklusive alkoholischen Sachen. So billigen zumindest. Also ich schätze mal, da kommt auch so ein bisschen die Bewertung her. Egal. Das ist jetzt unser Strand. Übrigens auch 3,9. Ja. Willst du einen Rückzieher machen oder was? Nee, nein. Ich freue mich nicht. Wir haben gerade so gehört. Dafür würde ich mich jetzt nicht nass machen. Jungs, wir müssen noch ins Meer. Echt? Pfff. Jungs, was ist los mit euch? Erstmal das schöne weiße Handbuch in den Regen machen. So ohne Sonnen können. Ich habe mich so auf Teneriffa gefreut. Teneriffa klingt schon so geil. Ja, ich hörte den aus Teneriffa. Boah, geil. Ist ja auch geil. Ich glaube, wir sind einfach auf der falschen Seite von Teneriffa. Wie ist es? Wir haben uns gerade nochmal gesagt, das Karneval ist wirklich riesig groß hier. Und deswegen ist halt wirklich fast alles ausgesucht so. Und wir sind halt nicht zum Urlaub hier, sondern für so einen Dreh. Und wir haben einfach irgendein Hotel in der Nähe vom Drehort bekommen. Da war die Priorität nicht so ganz, wo jetzt ein geiler Strand ist. Das ist jetzt nur hier und unter ein paar freien Stunden noch heute, dass wir einmal ins Meer wollen. Ich versuche auch immer, weißt du schon aus den USA, ich versuche immer, wenn das Wetter nicht so geil ist, es trotzdem irgendwie mitzubringen. Ja, also erstmal hier mit Eisdreem. So eine sonnige Farbe. Und hier kommt mein Handtuch auf, guckst du. Mit einem Kaptein drauf hier. Da steht auch noch Summer drauf. Zack. Ah! Ich würde sagen, bisschen Sonnen kurz. Und dann gehen wir ins Wasser. Au! Ah, fuck, es tut weh. Diese Steine. Ich wette, es ist kalt. Ah! 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 Es ist kalt. Es tut weh. Ich bin drin! Ah! Ah! Stark! Ah! 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 Komm Team, spring rein hier! Los jetzt! Los jetzt, komm! Los! Mit Kopf runter! Mit Kopf! Erfrischen lassen, Karte. Ich habe ja keine Karte. Ich dachte mir zwischendurch echt, das ist eine richtig scheiß Idee, was wir vorhaben. Aber jetzt muss ich sagen, es ist geil, dass wir reingegangen. Am Ende war echt geil. Es ist ja echt geil. Es ist auch gar nicht immer kalt, wenn man ein bisschen geschwommen ist. Und überhaupt, immer wenn man irgendwie die Chance hat, irgendwo ist, wo man ins Meer reingehen kann, muss man einfach machen. So geil. Ich weiß noch, als ich mit Rewi... So hat sich das nämlich heute angefühlt. Als ich mit Rewi in eiskaltes Wasser im Yosemite Nationalpark war. 2016 oder 2015 war das. Und da war es auch kalt und alles, aber wir wollten unbedingt rein, haben es gemacht. Und es war so cool. Deswegen gut, dass wir es auch gemacht haben. Das war jetzt der Start, unser kurzes Teneriffa-Wochenende, wo wir eigentlich nur für einen sehr wichtigen, aber streng geheimen Job sind. Das wird alles erst ein bisschen später alles rauskommen. Aber dann ist alles morgen und wir dachten uns halt, komm hier, ein paar Stunden vorher, einmal ins Meer. War geil, Leute. War gut. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Falls ja, klickt Nano um. Geht nicht in diesen Ort überhaupt. Es gibt schönere Sachen auf Teneriffa, glaube ich. Also für heute war es das. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.